Na alle zusammen, mich hier ist wieder Heutjala und schon bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountgut präsentieren. Heute geht es um einen Mount, das wir von einer Ruffraktion bekommen, und zwar von der Wildenjagd in Adenwald. Ich bin hier schon beim Rüstmeister und zwar auf den Koordinaten 48, 50. Dort befindet sich hier die Rüstmeisterin und diese verkauft uns, wenn wir denn einen ehrfürchtigen Ruf haben, eine schicke Motte. Und die Motte schimpft sich, Dämmer, Flatter, Aden, Motte. Also die Namen von den Mounts werden tatsächlich immer länger. Hier gibt es übrigens noch ein paar andere Geschichten. Wir können uns unter anderem ein Pet kaufen, mehrere Gear-Items, die teilweise dann auch gar nicht so schlecht vom Item-Level sind. Hier ist sogar 200er Item-Level für den ehrfürchtigen Ruf. Einige Berufsrezepte haben wir. Dann gibt es einen kosmetischen Rucksack, den wir uns holen können, der auch ganz schick ist. Eine Illusion. Übrigens, den Rucksack könnt ihr nur holen, wenn ihr Knight-Fee seid. Das ist bei den anderen Covernants aber auch so. Da müsst ihr oft dann den Pakt haben, um die Transmog-Sachen lernen zu können. Aber, was wir uns jetzt angucken wollen, ist einmal die Motte. Hier noch am Rande gesagt, ein Wappenrohr gibt es natürlich auch, wenn ihr ehrfürchtig seid. Die Motte an sich kostet jetzt insgesamt 24.000 Gold. Das ist jetzt so im mittleren Bereich, würde ich mal behaupten, was so Mounts angeht, die man bei Händlern kaufen kann. Und wie kommen wir jetzt überhaupt auf ehrfürchtig? Und zwar, was ihr auf jeden Fall machen solltet. Es gibt hier in eurer Paktzentrale, egal bei welchem Covenant ihr seid, ja täglich Quests, die euch in eine Zone schicken. Und für die jeweilige Zone bekommt ihr den Ruf. Zwischen 1.500 und 2.000 Ruf ist das. Je nachdem, was es für eine Quest ist. Manchmal muss man so Elite-Mobs umhauen. Und das ist eigentlich unsere Hauptrufquelle. Heißt, wenn ihr hier das Mount haben wollt, nehmt immer die Quest an, die ihr euch in den Adenwald schicken. Und dementsprechend dann dort ein paar Aktivitäten abschließen müsst. Da kriegt ihr das meiste an Ruf her. Wie gesagt, 1.500 bis 2.000. Wenn ihr im Adenwald den Covenant habt, bekommt ihr für die Fraktion ein bisschen mehr Ruf. Heißt, wenn ihr nur dieses Mount haben wollt, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, wenn ihr den Covenant im Adenwald habt. Ich bin zum Beispiel bei den Necrolords und dementsprechend bin ich bei den Necrolords schon vor über eineinhalb Wochen auf ehrfürchtig gekommen, bevor ich bei der Fraktion hier ehrfürchtig erreicht habe. Heißt, bei der eigenen Zone bekommt man halt immer ein bisschen mehr Ruf. Zusätzlich könnt ihr natürlich immer noch alle Worldquests mitnehmen. Da bekommt ihr dann auch Ruf. Und die Sidequests bringen auch relativ gut Ruf. Die Main-Story-Quest-Reihe, die bringt ja keinen Ruf. Aber die Sidequests könnt ihr dann noch aufsuchen und da Ruf bekommen. Aber wie gesagt, wenn ihr euch da das effizient machen wollt und gechillt, dann macht einfach immer nur die Daily-Quest, die ihr euch in die Zone schickt. Da kriegt ihr quasi den meisten Ruf für am wenigsten Zeitinvestment raus. Gut, wir haben jetzt das Ganze hier auf ehrfürchtig hochgeballert. Motte haben wir gekauft und jetzt schauen wir uns das schicke Ding auch mal an. Es gibt nämlich hier ein paar mehr Motten. Das können wir jetzt auch gleich nochmal zeigen. Motte. Es gibt insgesamt vier Motten im Adenwald. Diese hier haben wir jetzt, die Dämmer Flatter Aden Motte. Die setzen wir jetzt auch mal auf. Und ich muss sagen, die sieht schon sehr, sehr cool aus. Oh, schau mal, das Mount Special, dann fliegt es ein bisschen nach oben. Das ist cool. Das ist ein neues Mount Special. Okay, ich kann das Mount Special nicht benutzen, um vielleicht irgendwo hochzukommen. Dann bricht es instant ab. Okay, also man kann es nicht abusen. Das war jetzt mein erster Gedanke. Aber auf jeden Fall ein ganz nettes Mount. Und hat auch mal ein cooles neues Mount Special. Wir können uns jetzt mal noch angucken, wo die anderen Motten her sind. Wir haben dann noch eine Motte, die kommt aus der Paragon-Kiste raus, so wie es aussieht, auch hier im Adenwald. Und dann haben wir noch zwei andere Motten, die wir uns auch bei einem Händler kaufen können. Ich glaube, eins ist von dem Theater und das andere muss ich mal noch rausfinden. Sobald ich die dann mal eigen nennen kann, wird es dann auch nochmal dazu ein Video geben. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir es dabei bewenden. Und ja, ich melde mich wieder, falls ich, oder wenn ich das nächste Mount habe. Nicht falls, sondern wenn ich das nächste Mount habe, dann gibt es wieder ein kleines Mount-Video. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.